In der Natur hat jeder Baum, jedes Gemüse seinen Platz. Doch manchmal tauchen Gestalten auf, die in der Natur nach Partnern suchen und ihre Blicke auf sich ziehen. Selbst derer, die draußen eigentlich nichts zu suchen haben. Das ausgebrochene Glutamat bleibt aber nicht unerdeckt. So kann es nämlich vorkommen, dass sich manche Naturbewohner bedroht fühlen. Allen anscheinend auch dieser ausgewachsene Bullenlauch. Doch was gesellt sich denn da zu unseren Gemüsefreunden? Ein majestätischer Sellerie. So nähern sie sich dem Gläschen und sind bereit, sich zu vereinen. Ankerkraut Gemüsebrühe ist wahrhaft die Spitze der Nahrungskette. Ruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhruhru Vielen Dank.